Heute erwarten euch 10 gruselige und unheimliche Fakten. Hallo zusammen. Wie manche von euch ja vielleicht schon wissen, kommt dieses Faktenformat ja eigentlich von meiner Instagram, Facebook und Twitter Seite. Aber wie immer will ich den YouTube Leuten die Fakten nicht vorenthalten. Wer die Fakten künftig übrigens schneller oder zuerst sehen will, der folgt mir einfach auf Instagram, Facebook oder Twitter. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Nummer 1 Bei einem sehr großen Stromausfall in Los Angeles riefen hunderte besorgte Bürger panisch die Polizei. Sie hatten Angst, weil sie seltsame Wolken am Himmel über Los Angeles entdeckten. Die Erklärung, einige Bürger von Los Angeles sahen zum ersten Mal in ihrem Leben die Milchstraße und kannten diese scheinbar auch noch nicht. Nummer 2 In der Türkei ist es ab sofort möglich in Istanbul Ufologie und Alienwissen zu studieren. Die Professoren, die den Kurs an der Uni betreiben, sind der Meinung, dass in spätestens 10 bis 20 Jahren Aliens mit uns Kontakt aufnehmen werden. Sie wollen so die Studenten auf den Erstkontakt mit einer anderen Spezies vorbereiten. Nummer 3 In Russland startet eine Show, die dabei helfen soll, echte Hellseher zu finden. Wer seine Fähigkeiten tatsächlich beweisen kann, bekommt umgerechnet eine 14.500 Euro Prämie. Alle Hellseher, die sich dort beworben haben, konnten die Auflage zur Überprüfung der Echtheit ihrer Fähigkeiten nicht erfüllen. Das Preisgeld wurde noch nie gewonnen. Nummer 4 Pistrantrophobie beschreibt die Angst davor, Menschen zu vertrauen. Meistens entsteht diese Phobie durch schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen. Nummer 5 Jährlich sterben etwa 13 Menschen durch Getränkeautomaten. Der Hauptgrund dafür ist das Rütteln, wenn ein Getränknis herauskommt. Der Automat kann so umkippen und den Menschen darunter zerquetschen. Nummer 6 Eine Rentnerin namens Dorothy Fletcher erlitt in einem Flugzeug einen Herzinfarkt. Zufälligerweise befanden sich in dem Flugzeug 15 Kardiologen als Experten für Herzkrankheiten, da diese gerade auf dem Weg zu einer Kardiologen-Weiterbildung waren. Ohne diesen Zufall wäre sie wohl verstorben. Oder wollte eine höhere Macht, dass sie noch am Leben bleibt. Nummer 7 Ein 19-jähriges Mädchen wachte plötzlich während einer Hirn-OP aus ihrer Narkose auf. Statt in Panik zu verfallen, fragte sie bloß den Arzt, wie die OP aktuell so verläuft. Nummer 8 Wenn wir es schaffen würden, ein Geräusch zu produzieren, das lauter als 1100 Dezibel ist, würde bei der Erde ein riesiges schwarzes Loch entstehen. Dieses wäre so groß, dass die Erde samt unserer kompletten Galaxie in wenigen Sekunden aufgesaugt werden würde. Ein Kampfflugzeug ist übrigens im Vergleich nur 140 Dezibel laut und so ziemlich das lauteste, was es auf der Erde gibt. Wir sind glücklicherweise also noch weit davon entfernt, ein schwarzes Loch zu erzeugen. Nummer 9 Etwa 15% der Luft, die man in einer U-Bahn-Station einatmet, besteht aus abgestorbenen Hautzellen anderer Menschen. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal U-Bahn fährt. Nummer 10 Jährlich sterben über 100 Menschen in Russland an herabfallenden Eiszapfen. Also passt dort im Winter unbedingt auf. Welcher gruselige Fakt hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es gerne in die Kommentare, bin sehr gespannt darauf. Wollt ihr auch noch einen weiteren Teil und hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Das hilft mir beides sehr. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um auch wirklich keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Faktenvideos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.